Leipzigs Nationalspieler Erst die Pleite gegen Hertha, dann noch diese Nachricht, der Nationalspieler hat sich eine schlimme Mittelhandverletzung zugezogen. Nationalspieler Marcel Halstenbeck von Wissermeister RB Leipzig hat bei der 2.3, 0.2 Heimniederlage gegen Hertha BSC am Sonntag einen dreifachen Bruch der rechten Mittelhand erlitten. Wie der Verein am späten Abend mitteilte, muss der Verteidiger am Montag operiert werden. Der 26-Jährige verletzte sich in der zweiten Minute der Nachspielzeit unmittelbar nach seinem Treffer zum Instand, als er unglücklich mit dem Pfosten kollidierte. Leipzig, das bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist, bestritt am Sonntag sein letztes Spiel in diesem Jahr.